Fabriz Alcebiades Maieco, Aqua, ist ein angolanischer Fußballspieler. Aqua stand bis Jahresbeginn 2006 bei Alvacra SC in Katar als Profifußballer unter Vertrag und ist der Kapitän der angolanischen Fußballnationalmannschaft. Mit seinem Team konnte er sich erstmals für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland qualifizieren. Dies bedeutete den größten Erfolg in der Sportgeschichte des afrikanischen Landes. Vereine, seit 2007 Atletico Petroleos Luanda, 2005 bis 2006 Alvacra SC, 2001 bis 2005 Katar Sports Club, 1999 bis 2001 Aletihad, 1997 bis 1998 Akademie Kako Imbra, 1995 bis 1997 FC Alvacra, 1994 bis 1995 Benfica Lissabon, Teilnahme an internationalen Wettbewerben, 2006 Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland, 2006 Afrika Cup 2006 in Ägypten. Das war die Vielen Dank.